Ardi Shakti Der große Tag heute, wo die Shakti, Ardi Shakti, was in uns in jeder Form vorhanden ist. Ardi Shakti ist ja auch Ardi als Erster, Shakti als Gast. Ardi Shakti sind vorhanden, in jedem einzelnen Menschen, in jeder einzelnen Zelle, wo wir sitzen, da ist Shakti drin, in der winzigen, so wie böse Kraft, gute Kraft, große Kraft, kleine Kraft, in allen Menschen, in allen Wesen ist Adi Shakti vorhanden. Heute ist ja die ganz besondere Tag zu verhehren, diese Adi Shakti. Da wollte ich nochmal die 691, nochmal ein paar Pferde nochmal lesen, einfach mal die Leistung. Verfolgen, Verehnung der Devi-Göttin, die in allen Wesen der Asmaja-Wishnu wohnt. Ich verneige mich vor ihr wieder und wieder. Ja, Devi, sauberwutig. Verehnung der Devi-Göttin, die in allen Wesen als Bewusstsein wohnt. Ich neige mich vor ihr wieder und wieder. Takarma-Klaishnamadir, Pafer-Namadar ausdingen. Tutamena. Namaskasyai, 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 Namunamana. Yadhi vi sarva bhūteshu, nidra rūpena samstita. Namaskasyai, 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 Namunamana. Yadhi vi sarva bhūteshu, nidra rūpena samstita. Yadhi vi sarva bhūteshu, nidra rūpena samstita. Namaskasyai, 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 Namunamana. Yadhi vi sarva bhūteshu, nidra rūpena samstita. Namaskasyai, 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 Namunamana. Yadhi vi sarva bhūteshu, nidra rūpena samstita. Namaskasyai, 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 Namunamana. Namaskasyai, 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 Nam Jai Bolo Mataki! Jai! Jai Bolo Mataki! Jai! Wir wollen noch mal reden. Unser bekanntesten Liebling. Ich freue mich den ganzen Tag. Ich hätte das ahnen, was das sein kann. Jai Bolo Mataki! 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 Schönen Tag. Satsang with Mooji 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 Amen. 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 Durch und durch. Deine Wesen, deine Charakter, deine Gedanken. Alles zu den Göttlichen. Verehrung der Göttin. Verehrung der Menschen. Sie sind alle Göttinnen. Alle Göttinnen Gottes. Du bist der Ausdruck Gottes. Gott atmet durch dich. Gott bewegt durch dich. Gott freut sich durch dich. Du bist Gott. Du bist eine besondere Frau der Göttin. Freue dich. Nimm dieses Bewusstsein in dir tief und tief. Egal wo du hingehst. Egal wo du begegnest. Spüre deine Göttlichkeit. Ruhe. Quats UV-diere Vielen Dank.